Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ich habe noch eine Mission für einen extra Dungeon in diesem Gebiet. Hier ganz oben ist die Feuerwacht und da muss ich jetzt rein. So General Ignazar, Feuertüten, die umfallen, sehr gut. Umfallen ist immer gut. Könnt ihr gerne häufiger machen, aber nicht auf der Brücke, da falle ich immer runter. Ja, kommen alle zusammen. So, so, so. Und du, und du da hinten. Komm, hallo. Warum kommen die denn nicht mit? Sondern das. Okay, ums Eck. Was ist hier? Ah, da steht noch einer. Was bewachst du da? Diebstahlfertigkeit. Okay. Eine grüne Insignia. Immerhin. Immerhin. Gut. Feuerwand, Feuerwand, überall Gegner. Aber alles gar kein Thema. Mit das? Wem? Mit wem kämpfst du da? Wo kommt ihr her? Ist ja noch irgendwo im Gang. Wo kommt die denn her? Hallo? Na gut. Wir klicken mal an. Ah, ja. Dieses aus dem Boden gehüpfe will ich auch mal können. Das ist irgendwie cool. Irgendwie peitscht mich das an. Das will ich haben. Ist doch eine coole Fähigkeit für einen Schurken, einfach aus dem Boden zu hüpfen. So. Unsichtbar. Zack. Aus dem Boden raus. Okay. Oh Gott. Das war ein Schlag. Ja. Mhm. Äh. Hier ist auch sonst nix. Okay. Was bist du für einer? Äh. Ja. Ein Toter. Hm. Okay. Wow. Felsen kommen runter. Ist auch einer von diesen. Den gab es früher schon. Diesen Daran. Allerdings habe ich kaum Erinnerung noch dran. Muss ich gestehen. Ja. Ist ja gut. Wir brennen alle mit dir. Du bist so ein Brenner. Okay. Wow. Hier wieselt ja Feuer runter. Einen heißen Helm gibt es hier. Mhm. Oh. Das sieht schon nach Bossfight aus. General Ignazar. Zaaaah. Hä? Okay, ich hau erst mal die Gegner auf. Ihr wollt doch bestimmt auch mal was. So, alle weg. Jetzt kann ich den Hebel ziehen. Sehr gut. Und da steht er auch schon. Kann ich hier runterfahren? Wow, 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 wow. Ich war noch nicht mal da und du fängst schon mit roten Flächen an. Das ist nicht mehr so. So ein General ist nicht so mutig, oder? Der haut ab. Okay, und du hast auch ab. Ja, okay. Oh, Truhe. Tja, das war ein kurzes Vergnügen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dennne. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.